Ja, willkommen hier bei einem erneuten Java-Objektorientierungstutorial. Heute reden wir über abstrakte Klassen. Und abstrakte Klassen sind eigentlich extrem schnell erklärt, aber ich mache natürlich wie immer ein Beispiel. Wir erstellen eine Klasse und in Eclipse finde ich das ziemlich cool. Da kann man hier, also man kann hier Public und Default auswählen. Man kann hier aber auch Abstrakt auswählen, also als kleine Checkbox. Und das mache ich jetzt auch. Und ich mache ein Lebewesen und ich erkläre jetzt auch gerade warum. Der Unterschied zwischen einer abstrakten Klasse und einer normalen in der Schreibweise ist, dass vor dem Klass noch ein Abstract steht, also einfach das Wort Abstract. Gut. Eine abstrakte Klasse ist eigentlich nichts anderes als eine Klasse, von der man kein direktes Objekt erstellen kann, sondern das nur vererben kann. Denn nehmen wir jetzt mal an, ich möchte ein Programm schreiben, welches nur Menschen erzeugt. Dann haben wir hier ja eigentlich schon alles, was wir brauchen. Wir haben den Menschen, wir haben Lehrer, wir haben dann verschiedene Lehrer. Wir könnten das jetzt auch noch wirklich ausbreiten in Billiarden von Klassen und verschiedenen Berufen. Aber was ist, wenn ich da jetzt noch einen Hund zum Beispiel mit reinbringen möchte? Der ist ja auch ein Lebewesen. Und dann wäre es doch cool, wenn ich eine Klasse hätte, die nur Lebewesen zusammenfasst. Jetzt wäre es aber schwachsinnig, dem Programm überhaupt die Möglichkeit zu geben, ein Lebewesen an sich zu erstellen. Das wäre einfach schwachsinnig, weil man muss ja wissen, ist es ein Mensch oder ist es ein Hund, also ein Tier. Dann könnte man zum Beispiel alles in Menschen und Tiere aufteilen. Und dann ist ja die Frage, ist es ein Mensch oder ein Tier? Es kann ja nicht nur ein Lebewesen sein. Und deshalb sind diese Klassen abstrakt, weil man von ihnen kein Objekt erstellen kann, sondern sie nur vererben. Das heißt, ich mache jetzt hier nur kurz, um es eben auch zu zeigen, wie das dann aussieht, mache ich kurz so eine Klasse. Lebewesen, ich haue hier jetzt nur eine Methode rein, die nenne ich Leben. Und was lasse ich da machen? Da lasse ich einfach Leben ausgeben. Einfach nur das Wort. Ist ja egal. Hier haben wir unsere Alte, unser Altes geschriebenes mit dem Englischlehrer. Und den kann ich jetzt eigentlich schon als Beweis nehmen. Ich nehme einfach den EL1, den Englischlehrer. Und, na, ach, das ist noch. Ach so, ja, natürlich. Ja, natürlich, ich habe ja noch was vergessen. Mensch muss ja vom Lebewesen erben. Wie das geht, wissen wir ja mit Extens. Und jetzt lasse ich ihn erben, wenn ich es endlich mal richtig schreibe, vom Lebewesen. Das habe ich auch getan. Und jetzt hat der Englischlehrer, weil der natürlich vom Lehrer erbt und der Lehrer vom Menschen erbt, hat der Englischlehrer natürlich auch die Methode Leben. Und jetzt führen wir es aus und yay, er lebt. Juhu. Und jetzt schauen wir einfach mal, löschen wir das mal kurz. Ich packe mal Lebewesen hier jetzt drüber. Dann sieht man auch hier so schön aus dem Lebewesen oder so Englischlehrer und Mathelehrer erben von Lehrer und der erbt von Menschen und der erbt von Lebewesen. Sieht doch richtig toll aus. Erstellen wir mal ein Lebewesen. Ähm, ich nenne es, ähm, L, yay, äh, New Lebewesen. Hm, der Konstruktor ist soweit richtig, aber er gibt einen Fehler aus. Cannot, äh, instantiate the type Lebewesen. Ja, und das war's eigentlich, ähm, mit abstrakten Klassen. Ähm, finde ich doch, also, ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht eine Sache, die man, zu der man gezwungen wird, dass man sie genau so macht. Ähm, aber, ja, ich würde, ich würde mir sowas schon angewöhnen. Ja, würde ich schon sagen. Das, also, gerade sowas wie abstrakte Klassen, das ist sowas, das kann man wissen, das kann man auch wissen, wie es funktioniert. Ein absolutes Muss ist es nicht, aber es ist immer schön, mehr zu wissen. Mein Name ist Hagi und ich sag Schuss.